Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Jetzt im Juni startet bei uns an der Fachhochschule die Prüfungszeit. Das heißt, viele Prüfungen in kurzer Zeit. Wie kann ich also möglichst viel lernen in nur wenigen Wochen und Tagen? Welche Rolle spielen dabei Pausen und wie lade ich meine Energie am besten wieder auf? Dazu ist heute bei mir im Studio zu Gast Lisa David. Sie ist Leiterin des Kompetenzzentrums Learn bei uns an der FH St. Pölten. Hallo Lisa. Hallo. Lisa, wie kann ich das Lernen organisieren? Also gerade eben, wie ich gesagt habe, wenn viel Lernstoff in kurzer Zeit zu bewältigen ist. Ja, also da beginnt es schon bei dieser Frage. Viel Lernstoff in kurzer Zeit bedeutet, dass möglicherweise während des Semesters sich mit dem Lernstoff noch nicht so viel auseinandergesetzt worden ist in puncto Memorisieren und Wiedergeben. Und das ist ja das, was Lernen ganz oft auch ist, etwas zu memorisieren, um es dann im richtigen Moment wiederzugeben. Und wenn wir ein bisschen verstehen, wie unser Gehirn funktioniert, dann können wir da auch besser darüber nachdenken, wie wir uns organisieren. Und dann ist vielleicht auch dieser Anspruch, den wir schon bestimmt alle seit unserer Kindheit kennen, dieses immer wieder zwischendurch lernen und nicht alles bis zum Schluss aufheben, nochmal sinnvoller oder verständlicher. Und zwar ist es so mit unserem Hirn, wir haben bestimmte Arbeitsgedächtniskapazitäten. Das heißt, wenn jemand uns etwas erzählt oder etwas sagt, ein komplexer Inhalt uns vermittelt wird, dann müssen wir zuerst mit diesem Inhalt arbeiten lernen. Das heißt, wir müssen diesen Inhalt mental repräsentieren. Das kann man sich so vorstellen, dass wenn ich sage, stellen Sie sich fünf Schafe auf einer Weide vor, dann ist es sehr leicht, sich das vorzustellen. Und dann fange ich an zu überlegen, naja, wo habe ich das letzte Mal Schafe gesehen, mag ich Schafe, waren die weiß, waren die schwarz, waren die bunt, all das. Wenn der Inhalt aber sehr viel komplexer ist, dann ist es oft schwieriger, sich das vorzustellen im Kopf. Und das ist aber die Voraussetzung, dass ich das mental mir vorstellen kann, damit eben Verständnis da auch herauskommen kann. Und ohne Verständnis ist eben dieses bloße Auswendiglernen und Wiedergeben und das ist nicht sehr nachhaltig. Weil was daran schade ist, also ich nehme jetzt zum Beispiel das Beispiel Anatomie. Anatomie ist so ein Fach, wo ich mir denke, okay, diese Begriffe muss ich auswendig können. Allerdings muss ich sie nicht auswendig können aus einer Liste heraus, sondern muss sie in einem bestimmten Kontext dann auch richtig einsetzen können. Und wenn ich das gleich mitübe, dann sind die Chancen so viel höher, dass ich im nächsten Semester auch noch weiß, was da eigentlich gelernt worden ist. Das hilft jetzt natürlich dieser Prüfungsvorbereitung nicht und diesem Druck in dem Moment. Das heißt, das ist vielleicht einfach mal so die Einleitung in dieses Thema Lernen. Und je besser wir unser Hirn kennen, desto leichter fällt es uns da auch, gute Entscheidungen zu treffen. Ich habe mich da auch gleich ertappt gefühlt. Ich glaube, das kennt jeder. Viel Lernen in kurzer Zeit. Natürlich hätten wir alle früher beginnen müssen. Das war bei mir als Studentin auch immer so. Aber für all jene, die dieses Binge Learning jetzt wirklich noch vorhaben vor den nächsten Prüfungsterminen, ist Lernen etwas, was man organisieren muss oder kann? Ja, schon. Also es gibt viele Techniken, die mir helfen können. Das sind so zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist, dass ich mich um meine Physis kümmern muss. Und das andere ist, dass ich mich eben tatsächlich um meine kognitive Leistung kümmern muss. Also alles, was mein Hirn auch schaffen kann. Und was die kognitive Leistung anbelangt, da lohnt es sich, wenn ich etwas mir aneignen möchte, etwas memorisieren möchte, dass ich das immer wieder in Abständen tue. Also das sogenannte Chunking, also dass ich mir bestimmte Bündel an dem, was ich lernen möchte, generiere und die dann immer so Schritt für Schritt immer wieder in unterschiedlichen Abständen lerne und dann auch wieder unterschiedlich wiederhole. Das heißt, mal wieder ein bisschen Zeit vergehen lasse, das dann wieder zu nehmen und dazwischen was anderes zu tun. Entweder ein anderer Stoff oder eine ganz andere Tätigkeit. Also das geht beides. Und gerade wenn es viel Stoff ist, bietet sich natürlich dann der andere Stoff an. Und je mehr ich da Abwechslung reinbringe, desto mehr trainiere ich tatsächlich mein Hirn und diese Nervenbahnen, dass die sich so miteinander verknüpfen, dass ich dann auch wieder drauf zugräufen kann. Das heißt, da waren schon ganz gute Tipps dabei. Gibt es wissenschaftlich gesehen sowas wie Lernmethoden, so wie du es jetzt zum Beispiel eine beschrieben hast? Genau, wir nennen das in der Kognitionspsychologie wird das Retrieval Practice genannt. Und da gibt es auch eine ganz spannende Webseite retrievalpractice.org, wo auch beschrieben wird nochmal, was da die unterschiedlichen Schritte sind. Und das eine habe ich schon erwähnt, das Chunking. Das andere ist Interleaving, dass ich da wirklich auch unterschiedliche Zeitabstände reinspielen lasse und dass ich dann eben auch immer wieder rausfinde, was ich noch nicht weiß. Weil das ist etwas, was viele Studierende und was auch ich gemacht habe als Studentin, dass ich in die Prüfung gegangen bin und gesagt habe, jetzt schaue ich mal, was geht. Aber es wäre schon geschickt, das vorher einmal rauszufinden, was schon geht und was nicht, um dann möglicherweise auch sehr gezielt nochmal nachzujustieren bei dem, was noch nicht so gut sitzt. Wie weiß ich jetzt, welche Strategie für mich am besten passt? Also gibt es da auch unterschiedliche Lerntypen? Ja, Lerntypen ist so ein Thema. Also ich glaube, es gibt Milliarden Lerntypen, so viele wie es eben Menschen gibt. Und Lernen ist ein sehr, sehr individueller Prozess, der sehr biografisch auch geprägt ist. Das heißt, das, was ich in der Kindheit schon gelernt habe und in der Jugend, prägt mich auch als erwachsener Mensch. Und das ist etwas, wo auch so eine Reflexion dahinter sein kann, mir zu überlegen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was passt zu mir. Und da eben auch immer gut auf die Physis zu achten. Ich habe vorhin jetzt viel über die kognitive Leistung gesprochen, aber ich muss auch schauen, dass ich fit bin. Also dazu gehört Schlaf. Schlaf hat nachweislich einen Einfluss auf meine Lernfähigkeit und auch auf meine Merkfähigkeit. Das heißt, bis in die Nacht zu lernen und dann nicht zu schlafen, ist nicht immer ein guter Tipp. Auch Essen spielt eine, also Ernährung spielt eine große Rolle. Wasser trinken, das ist etwas, das viele vergessen. Also sich wirklich mit Flüssigkeit am besten mit Wasser oder ungesüßtem Tee zu versorgen. Und ich sage absichtlich ungesüßter Tee, weil auch da, wenn ich sage Ernährung, ausgewogen, ballaststoffreich, dass ich Energie bekomme, dass mein Hirn Energie bekommt über Nüsse und ähnliches. Immer dann, wenn ich Zucker zuführe, dann gibt es ja da auch die Kehrzeite, dass ich dann wieder in eine Unterzuckerung gelang und so weiter. Dass all das, sich da auch einen Ort zu schaffen, manche gehen gerne spazieren, um das zu wiederholen, verbinden das mit einer Bewegung, andere setzen sich still hin, andere laufen im Zimmer auf und ab, mit Musik, ohne Musik. Es ist einfach wichtig, da ein bisschen zu versuchen, eine Strategie zu finden, eine Methodik eigentlich, ein ganzer Koffer an Methoden, um Lernen da auch als etwas Selbstverständliches und etwas Geübtes auch stattfinden zu lassen. Im Idealfall lernen unsere Studierenden ja für das Leben, für das Berufsleben und für das Leben. Dieser Satz hat mich in der Schulzeit immer schon verfolgt. Und ich muss ehrlich sagen, die Prüfungen, die ich irgendwie so mit schnell reinlernen geschafft habe, gerade so Geschichte, Geografie, da ist mein Wissen, sagen wir mal, etwas lückenhaft, muss ich da, um es auch lang zu behalten, noch etwas Besonderes beachten? Ist das ein anderes Lernen als jetzt schnell, schnell für die Prüfungen? Ja, das ist ein anderes Lernen. Also das schnell, schnell für die Prüfungen kann ich als Basis sehen, also dass ich meinen Inhalt überhaupt memorisiere. Danach muss ich im Arbeitsgedächtnis damit arbeiten anfangen. Und alles, was ich vergessen habe aus der Schulzeit, liegt auch daran, dass ich es nicht benutze. Das heißt, ich muss das Wissen in irgendeiner Form nutzen. Jetzt nicht unbedingt praktisch im Sinne von, dass ich dann in eine Werkstatt gehe oder irgendwo hin und das dann dort anwende, sondern in meinem Hirn nutze, dass ich damit arbeite. Ein sehr, sehr, sehr guter Weg ist, dass ich wem davon erzähle, was ich gelernt habe. Dass ich sage, ich habe jetzt das und das durchgelesen, das und das verstanden und erzähle das jemandem aus der Familie, im Freundeskreis und übe so, dieses Wissen anzuwenden in dem Fall diesem Kontext, aber dann auch immer wieder in unterschiedlichen Kontexten. Es auch unterschiedlich zu erklären, vielleicht der kleinen Schwester oder der Oma, dem Opa und so weiter, mit unterschiedlichen Worten das Gleiche zu erklären, das ist die beste Vorgehensweise, um langfristig etwas im Gedächtnis zu verankern und auch Zugriff darauf zu haben, weil das ist ja das, was wir brauchen. Wir müssen es ja dann auch parat haben, wenn wir es brauchen. Ich glaube, da geht es irgendwie um die Synapsen, die oft nachgefahren werden müssen. So habe ich es im Kopf von der Lerntheorie. Genau, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so eine Schneelandschaft. Ich sage immer Schneelandschaft in Kärnten, weil da immer Unmengen an Schnee runtergeht. Wenn ich dann die Tür aufmache und zu meinem Postkastel gehen möchte, dann muss ich zuerst diesen Schnee wegschippen. Das ist das, was Lernen bedeutet. Das ist mühsam und ist auch oft ein Kraftakt, weil ich dieses Memorisieren und dieses Anlegen dieses Weges zuerst einmal machen muss. In dem Fall wäre es das Schaufeln. Und irgendwann, je öfters ich diesen Weg gehe, je öfters ich über diesen Schnee trete, desto leichter wird es. Und irgendwann weiß ich gar nicht mehr, dass da überhaupt mal Schnee war. Das ist dann der Moment, wo das so, wir sagen, in Fleisch und Blut übergegangen ist oder auch eine Art Automatisierung sein kann wie beim Autofahren. Hast du einen persönlichen Lieblingstipp fürs Lernen? Ja, also geschickt ist, jeden Inhalt, den ich versuche zu memorisieren, gleich mit einem Beispiel zu hinterlegen. Das ist dieses im Hirn mit dem Inhalt arbeiten. Da habe ich zwei in einem. Einerseits memorisiere ich und zeitgleich fange ich an, mit dem Inhalt zu arbeiten und habe eine größere Chance, in der Prüfung dann auch das Richtige abzurufen. Weil ein Problem, das ja auch manchmal besteht, ist, und das kennen vielleicht einige, dass man eine Reihenfolge lernt und nicht die Inhalte, die in dieser Liste zum Beispiel dann drin seien. Das war bei Vokabeln oder bei Fragenkatalogen, bei Multiple-Choice-Fragenkatalogen. Ich wusste die Reihenfolge dieser Fragen im Katalog, aber nicht unbedingt die Antworten. Und das ist dann auch die Frage, wie viel Sinn das macht. Also da auch versuchen, sinnvoll zu lernen. Und das gelingt am besten, indem ich eben mit dem Inhalt gleich im Hirn arbeite. Was mache ich, wenn da mal gar nichts mehr geht? Also wie kann ich meine Energie am besten wieder aufladen? Ja, also das ist ein bisschen eine Stilfrage. Zwei Dinge sind sehr zu empfehlen. Entweder ein Powernap, also 20 Minuten schlafen mit einem Stift in der Hand. Und wenn der Stift aus der Hand fällt, dann ist es Zeit, wieder aufzustehen, weil sonst geht der Schlaf zu tief. Oder eben Bewegung. Also wirklich auch Bewegung, wo der Puls ein bisschen steigt. Einmal um den Block joggen, schwimmen. Jetzt ist ja endlich das Wetter da. Also so in diese Richtung sich zu überlegen, wie kann ich meine Physis wiederherstellen. Das ist jetzt nicht unbedingt noch ein Hinweis auf Motivation, weil das ist ja auch oft etwas, was dann nochmal die Frage ist, wie kriege ich mich dann auch wieder motiviert. Und da muss ich halt dann wieder zurückschließen auf, was sind eigentlich meine Ziele. Und dieses lerne ich jetzt tatsächlich auch fürs Leben zu finden, die Relevanz des Inhalts oder halt auch die gesamte Relevanz im Curriculum, im Studium. Viele soziale Kontakte leiden etwas unter der Prüfungszeit. Das ist einerseits verständlich, aber würde es nicht auch Vorteile haben, wenn ich zwischendurch, um auf andere Gedanken zu kommen, mich mal mit Freunden treffe oder meinen Hobbys nachgehe, wie ich es sonst auch immer mache? Ja, absolut. Also vor allem, wenn die Zeit es zulässt. Und das ist aber wieder beim Thema Zeit. Es muss früh genug angefangen werden, damit diese wertvollen Momente auch im Alltag bestehen bleiben können. Also alles, was einen Kontrast zur Lerntätigkeit darstellt, ist sinnvoll, solange es meinem Körper dient. Das wäre die Balance, die es zu halten ist. Viele wertvolle Tipps. Lisa, noch ganz kurz das Kompetenzzentrum Learn, das du leitest. Was macht die eigentlich so? Ja, wir versuchen gerade auch solche Themen mit Lehrenden zu besprechen. Wir versuchen, Lehrende dabei zu unterstützen, dass sie ihre Lehre so gestalten, dass sie möglichst lernförderlich ist. Das heißt, im Sinne des Studierens und der Lernergebnisse. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, sehr viel in den Studiengängen selber reinzuschauen, in die Planungen. Was macht da Sinn didaktisch? Wie kann Lehre auch gut gestaltet werden? So diese Fragen auch strategischer Art. Und das andere, was wir auch tun, ist, dass wir alle fachübergreifenden Angebote bei uns zumindest qualitätstechnisch auch abwickeln. Also alle Freifächer, die an der Fachhochschule St. Pölten zu besuchen sind, die fachunabhängig gestaltet werden. Die sind auch bei uns angesiedelt und das finden wir ganz besonders toll, weil wir dann eben auch mit der Zielgruppe einer Hochschule direkt in Verbindung kommen, nämlich mit ihnen als Studierende. Dann hoffe ich, wir haben euch da draußen die besten Voraussetzungen geliefert. Zum einen mit der richtigen Lehre, zum anderen mit deinen tollen Tipps. Ich sage danke, dass du da warst, Lisa David. Ich habe mich sehr gefreut. Alles Gute für alle da draußen. Viel Energie.